Herzlich Willkommen zurück, Leute, zu einer Lightning Round im Prison mit Kunran. Hallo! Ach ja, stimmt. Da muss ich gar nichts craften. Nee. Kannst du auch gar nicht. Bullcat. Werden wir dir auch keine Curves angezeigt? Doch, Backpacker Regenerator. Ach, der. Ja. Ja, dreimal hinterher drin. Oh, vielleicht kann ich hier irgendeinem den Weg abschneiden. Sind wir noch 300 Meter weg und denk dran, du hast halt zwei Muscle Mans, ne? Die für den ersten Kampf zu benutzen macht Sinn. Also eine. Ja. Jetzt hab ich leichte Legs. Rechts von mir bewegt sich was. Wir müssen noch 140 weg. Ja, jetzt ist eh ein Haus dazwischen. Also. Bei mir ist aber einer. Genau bei mir. Jetzt sind drei Leute schon in der Mitte. Wirklich erschubst einfach. Ja. Ja. Kommst du weg? Ja, ich bin nun hier raus. Ja. Dann lass abhauen. Und die Bäume? Kommen die uns hinterher? Ne, die müssen noch kämpfen. Ich hab einen von dem Team kaputt gemacht und dann kamen halt neue. Ah, jetzt einmal hochheilen dauert so lang. Das Problem ist, die Leute, die am Anfang sterben, verlieren halt mindestens eine Spritze. Ja. Wobei, einen haben wir ja auch noch. Eigentlich musst du jetzt nur einen killen, denn die können ja eigentlich nicht mehr als einen einwerfen. Ne doch, er kann alle benutzen, damit sie wechseln. Selbst von rechts. Muss in dem Haus hier drin sein. Hat das Ding gar keine Tür? Der ist nicht hier, oder? Gibt's den Keller noch? Ne, ich... Oben. Ist der da oben, oder? Ich bin unten, Kundenwand. Ja, der. Warum macht der das? Hä? Keine Ahnung. Was strange. Nimm mal einen Rucksack mit, dann holen wir noch ein Ding in. Ja. Da. Der Map wird auch schon kleiner. Ja. Ich hab keinen Funk, also ich kann nur noch eine Bandage für mich. Ja, dann mach du deine Bandage, gib mir die Rucksack. Ja. Moment, ich kann dir mal noch einen Bogen craften in dem Spielmodus, oder? Jo, klar. Craften kannst du was. Du kannst auch einen Explosive machen. Und noch einen Stein. Mach doch Stein auf Stein. Geht... Moment. Was ist ein Messer? Äh, Stein auf Stein. Ja, hey. Geht nicht. Kannste nicht machen. Okay. Dann mach dir einen Explosive. Geht bestimmt auch nicht. Doch. Das hab ich schon... Achtung, da sindste. Ja doch, das geht. Wir sind in dem blauen Container drin. In den hier? Ja, da oben. Da oben, der da so schlecht ist. Ja, da oben. 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 Der hat geackt. Heute sind die Kullingster. War echt am Arsch. Und auf einen. Ja, Lightning Round. Kind Digga. Kleiner Spaß zwischendurch. Kleiner Cut. Und dann wird nochmal das richtiges Drangehangen. Bis gleich. Bis gleich. das könnte passieren ja hatten wir glaube ich schon mal werden schon mal zwei ich höre dich noch in manche schränke nicht auf ja ja dann hast du es auch ein bug aber du kannst wenn da was dahinter liegt kannst du es durchluten es kam nicht mal die taste zum öffnen das meine ich wir haben ach so ne manche schränke gehen dann auch ab und zu nicht auf warum auch immer aber das ist tatsächlich so eigentlich lasse ich lieber looten und töte dann den der es besser bin auch schon raus aus kaltpepper ich gucke eben ob im bunker die grüne steht jetzt nur t2 jetzt oder jetzt nichts er sagt so mein inventar ist voll aber ich habe nicht wirklich was also ich habe eine stun gun die könnte vielleicht ganz nicht sein also ich habe speed das heißt ich könnte einmal win zumindest backstab wenn er weg rennt nein das ist ein erstes tot hier ist nix konan hat das problem nach der grünen in der ecke sind hier unten im wasser irgendwelche der grünen da verkauft einer verkauft immer noch ja ich habe jetzt 60 60 ausdauer jetzt hört man gerade nichts er rennt weg er rennt weg er macht die grünen auf ich bin immer noch schneller als er wenn er kein speed hat ich bin leider gerade gekrüppelt okay ich habe keine waffe mehr hier liegt sie hier liegt sie hier liegt sie genau vor uns da ja ich habe keinen platz hätt sie auch eigentlich noch mal benutzen können ich habe 94 ich habe auch noch einen ich habe noch eine bandage und noch ein medkit ich habe noch genug dass wir uns rein das kommt einer er ist genau da ja ja den meine ich team ja king easy ist easy alter king easy ist easy down oh der trickt mich hier gerade deiner da kommt ein airdrop runter ja ich brauche ein satchel ich habe immer noch keinen rucksack bekommen warte wollen wir uns die holen ob das einer gemacht hat und ob wir die bekommen sind ja sind zwei minuten da oder habe ich das nicht die war schon die ist gerade runter aber die liegt dann noch die ist zu man sieht sie oben liegen im rand da hast du ein slot frei eigentlich nein und hätte ich den muscleman gedruckt wenn du das explosive mitnehmen da sind zwei shit kannst du die runter werfen mit dem explosive nein remote achso gehen wir da hoch oder was machen wir er ist runtergekommen vielleicht er ist mal nach oben drauf obendrauf nach oben drauf wenn wir hoch gehen gehen die vielleicht ja wir müssen es du machst Gas an ok dann kommen die runter er macht Gas an die kommen dann hier oben runter wir müssen warum wird er jetzt nicht gestunnt komm schon bünder ok wo ist er nicht auf anderen seite runter gegangen ok hier liegen so viele stöcker weil so eine kabine ist er kommt also er kann hier nicht hoch aber er ist unter uns er hört ihn hüpfen wo ist er der ist schon oben oder hier hinterher ja oh den hätte ich nicht genommen was waren die nicht also irgendwas muss ja drin gewesen sein es kann auch hier zwei airdrop gewesen sein ja aber der hat den gecrafteten Speer hm ich weiß es nicht soll ich meinen airdrop rufen können wir machen will nur wissen was hier unten ist ja ah das sieht gut aus dynamit oder ex dynamit ein team zwei einzelne das team hat auch immerhin der eine drei kills für das team muss das dynamit weg ähm die heißen teig boy und tari gax auf mich wird geschossen hinter uns hinter uns hinter uns ich glaube von oben ne ich könnte schon wir hören einfach aus der richtung aus der wir kamen ich glaube die man hat ja von oben ich bin hier unten noch ich bin nicht der herr ja ja mach das der ist alleine zu mir kommen die anderen scheiße oh shit ich hab dem jetzt eine Stimme gelassen ok ich hab meine eben gekillt ich geh kurz unter den baum ich bin schlecht der hat einfach zugehauen denk an deine AP kunden ran mein dick dieb ist noch da ich muss noch kurz gucken ich bin hier runtergefallen ich bin den stein runtergefallen ich hab ein mächtig ich auch ok dann sinds das andere der hat einfach auf meinem block geschlagen anlauf ey wir müssen den 2 und 1 haben gegen einen der keine kills hat ich will trotzdem nicht unbedingt was riskieren du kannst aus irgendwelchen metall objekten steine schlagen aber nicht aus dem boden das finde ich aber ok dass es nicht einfach aus dem boden hauen kann also du kannst es aus metall objekten machen äh der ist auch wieder hinter uns noch da wo wir her kamen hier liegen noch zweimal muscle man oh das ist gut ich vergesse nämlich die ganze Zeit meine 1 zu werfen ja eine ist mit der kiste und das andere ok die andere noch mit ja in die Richtung könnte noch am arsch der welt sein ich glaube der ist halt echt hinterm berg noch gewesen als ich ihm das ne da ist er irgendwo jetzt schon hängen geblieben so aua jeder schuss ein treffer das ganze magazin war ein treffer ey ja von der schusswaffe wegrennen ist vielleicht nicht unbedingt das beste 9 kills ja 9 und 11 hatten wir in den ausnahmen heute immer ja war schon nicht schlecht ja wieder eine fantastische runde leute wenn es euch gefallen lasst ein like da schon bei kunern vorbei wir sinds beim nächsten mal wieder machts gut bis dann und ciao tschüss